Heute lackieren wir unsere Nägel mit einem Leopardenmuster. So sieht das Muster aus. Noch ein bisschen Licht. So, ihr braucht hier Farben von Nagellack, hier habe ich einen goldfarbenen, dann einen durchsichtigen Lack, den ich zum Schluss drauf mache, braun Ton und schwarz. So, den habe ich schon mal vorbereitet. Ihr nehmt als Grundfarbe den braunen Nagellack. So, dann lässt ihr den trocknen. Ihr braucht dann noch so einen Stift, den kann man überall kaufen. Er hat so eine Rundung an der Spitze, da kann man Muster auf die Nägel machen. Dann nehmt ihr den goldfarbenen Lack, den habe ich schon trocknen lassen und macht dort so fast runde Punkte. So, dann würde ich noch ein bisschen schwarz auf die Nägel. So, dann würde ich wiederholen. So, dann würde ich jetzt kurz schwarz auf die Nägel und schwarz auf die Nägel. So, dann würde ich wiederholen. So, dann würde ich noch mal schwarz auf die Nägel. So, dann lassen wir den auch nochmal trocknen, dann geht es weiter mit schwarz, nehmen wir die andere Spitze. Und dann macht ihr einfach an den Seiten der Rundung einen halben Ring sozusagen. So, dann geht es weiter mit schwarz. Um die Kreise einen Ring. Und dazwischen nochmal ein paar Punkte. So, dann ist der soweit fertig. Also zuerst braun, dann den goldfarbenen Nagellack, dann mit den schwarzen halbe Ringe machen und dann zuletzt kommt der Glanzlack drauf. Den machen wir dann ganz zum Schluss auf den Nagel drauf, damit das nicht so schnell abblättert. Und so haben wir unseren Nagel fertig.